Hallo, hallo, hallo! Hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner tagesloses Angeberwissen. Wir haben heute den 4. Juni und am 4. Juni hat Geburtstag wer? Lukas Podolski. Ja, Lukas Podolski. Da heb ich gerade die Tischplatte. Lukas Podolski hat Geburtstag, Kölsch-Jugend, dann später noch ein bisschen in der Welt rumgekommen und hatten Booms ohne Ende, ne? Sagt auch seine Freundin. Ne, egal. Lukas Podolski ist 1985 geboren, richtig? Ja, 1985, genau. Und 1989, am 4. Juni, da war Lukas gerade noch 4 Jahre alt, 4. Geburtstag gefeiert. Da war diese Geschichte mit dem Platz des himmlischen Friedens. Kennst du diese Aktion? Ja, ich kenn sie. Genau, da wo dann die Proteste unterdrückt worden sind von den chinesischen Truppen. Und das ist hier sozusagen das Bild, das um die Welt ging. Ja, richtig, richtig. Und am 4. Juni ist was noch? Da haben wir noch den Todestag von Wilhelm II. Wilhelm II, guck mal. Ja. Und was war Wilhelm II? Na, der war unser letzter deutscher Kaiser. Gut, dass das da steht, ne? Ja, gut, dass das da steht, ne? Genau. Wilhelm II war der letzte deutsche Kaiser und der ist am 4. Juni gestorben und am 4. Juni 1948 ist geboren Jürgen Sparwasser. Jürgen Sparwasser. Jürgen Sparwasser. Wer kennt ihn denn nicht? Jürgen Sparwasser. Jürgen Sparwasser. Na klar. Was hat der Jürgen Sparwasser gemacht? Der hat Tore geschossen. Ja, ja, genau. Aber warum ist er so bekannt? Weil der, das war doch da, der hat doch da, ach ja, das war als die DDR gegen Deutschland gespielt hat. Oh, Respekt und Anerkennung. Da hat Jürgen Sparwasser die DDR zum Sieg geschossen. Ja, er hat das 1-0 geschossen gegen die damalige Top-Truppe. Das war 1974 bei der Weltmeisterschaft. Deutschland wurde später dann auch Weltmeister. Und die DDR hat 1-0 gewonnen und das war in so einer Zwischenrunde irgendwie. Und die Deutschen sind trotzdem weitergekommen. Aber die DDR hat gewonnen gehabt. Ja. Ja, genau. Hier sehen wir, Betty Fuchs sitzt hier. Würdest du nicht erkennen. Und das hier ist Sepp Meier, ne? Und das ist das Sparwasser hier. Sepp Meier hätte ich vielleicht noch erkannt. Aber hier, das ist der Betty Fuchs von hinten. Betty Fuchs von hinten, ne? Ja, ja, genau. Ach, die liebe Zeit. Der Terrier hat man ihn ja genannt. Ja, das war der 4. Juni. Am 4. Juni, Sparwasser-Geburtstag, Podolskert-Geburtstag, Tag des himmlischen Friedens. Diese Protestaktion war gewesen. Und der Wilhelm II. ist gestorben. Kann man nichts machen, ne? Irgendwann triffst du jeden. Ja. 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 Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns morgen. Haut rein. Ciao.